So, willkommen zurück. Ey, was sagt man vor? Entschuldigung. Flugdeck glaube ich, ne? Hier muss man irgendwie noch den Blödsinn auslösen. Die Wartung. Wenn wir gerade noch ein Flugdeck machen. Und wenn wir die Wartung ausgelöst haben, kann man hier vielleicht den Reaktorschild ausmachen. Und, und, und? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie das Gefühl, tausend Sachen nicht mehr sehen zu haben. Es ist immer mehr was Offenes. Wo kommt man hier eigentlich hin? Oh, nie geguckt. Ah, Führungsredner. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen das erste Mal jetzt, das Flugdeck. Okay. Das hier? Genau. So. Der Kollege hat uns mal nicht überrascht. Gut. Vier eineinhalb Prozent. Woher sind? Woher sind wir hier? 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 Es ist nichts. Aua, krabbeld. Läuft hier näher was rum? Da ist ein Tor. Kamera haben wir. Sonst ist hier nichts. Oder ist das ein Tor hier? Oh, man sieht ja echt was dahinten. Ha. Kurios. Also das ruft den Aufzug hier, das Ding. Okay. Guck mal was der macht. Das sind ja Pulsaufzüge. Ah ja, das mit aufkommt. Okay. Okilidokili. Ich muss wahrscheinlich das Ding anmachen, damit wir hier rüberkommen. Aha, da ist auch nochmal ein Schalter. Zum allergrößten Notfall. Naja. Schau mal hier. Einfach. Einfach. Doppelt. Einfach. Wo ist man denn? Ah, da oben. Ah, vier Stecker, vier Stöpsel. Gut. Dann fangen wir erst mal an. Schauen wir mal an. Schauen wir mal, was passiert. Ich sehe es nicht. Das ist wohl zu viel. Okay. Wollen wir hier doppelt. Da muss man die mal aus. Hm. Okay. Wollen wir nach oben. A- A- Ich weiß nicht, dass ich nicht misst hier nur. Es wird auch geholfen, dass ich... Oh, oh, oh. die kann man kaputt schießen das jetzt ist sauber hier das ist sehr gut zu wissen das ist sehr gut ach da ist das gruselige das war genau wie ich plan da war ich schon geht es Volldrehen los, nein, vollends. Was ist das? Zwei und drei. Ah, das ist eine Ernst. Fertig. Da rein, glaube ich. Oder da rein. Ich glaube, im Großen sind wir hier. Ach, das geht es doch nicht. So Affleck-Dick. Gut. Hier wollte ich noch nicht drücken. So, roma, roma. Hier ist ein Haus noch vorbei. Stiefel haben wir. Lass mal wieder alles angucken, was eh schon offen ist. Die fünf ist das auch. Ja, nicht doof. Sollte. Ich weiß nicht, ob ich die Schaltafel übersieht. Jetzt bröselst aber heftig, die Jungs. Das ist wieder so auf der Schachtel, das müsst ihr hier. Jetzt müssen wir nochmal anfangen. So, nochmal die andere Seite. Inventar wieder. Ach, das ist noch schöner los. Das ist gut. Das waren die Jungs. Das war's. 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 Boi, boi, boi. Boi, boi, boi. Boi, boi, boi. Ach, das krieg mal der. So. So. War zu schön noch. So. 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 Yep. So. 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 Okay. Danke, die Haubeis. ist das ein Fahrstuhl oder wie kommt man da runter? Tür auf alter Schwede 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 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 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 8 9 5 5 6 6 6 5 6 6 7 10 9 10 10 10 10 11 12 12 13 12 12 13 16 14 15 16 16 18 20 18 20 wo war das gewesen reaktor ist gewesen wir sind jetzt warte da 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 Irgendwas verstehe ich an diesen blöden Pflastern und dem Umweltschutzanzug falsch. Oh, das ist alles. Was ist das noch für eine Tür? Nichts übersehen oder ist da wieder irgendwas gesperrt? Da hab ich den doof. Null. Ist das hier Todenstück? Überblick über die Station. Die als Forschungsstation eingestufte Citadelstation verfügt über eines der besten Sicherheitssysteme im Sonnensystem. In unserem Schutz vor Überfällen ist sie mit einer Batterie von Blattra-Raketen, 8 Kurzstrecken, Arbon, Suspensionslasern und dem hoch modernen Tarion-Bergro-Laser bewaffnet, der für militärische Zwecke modifiziert werden kann. In ihrem Innern sind über 200 Sicherheitskräfte mit Sparkbeams, Magnum 2100 und Schrotflinten bewaffnet. Wachen in besonders gefährdeten Bereichen verfügen zudem über Skorpion-Maschinenpistolen. Die Waffenkammern wurden außerdem mit Magnetpulspistolen ausgestattet, für den Fall, dass eindringende motorisierte Kampfrüstungen verwenden. Was die Arbeiten am LG-Plasmagewehr gehen in die letzte Phase und wenn es fertig ist, wird es die stärkste Antwort sein, die es gibt. Die BFG sozusagen. Um das Eigentum der Triopter schützen, sind wir selbst die Spitze des Speers. Okay. Das ist nämlich auch ein... Erfolg. Ich wohne schon mal bei X sammelt auf... Offscreen. Fehlen nur noch zwei. Ich muss nämlich zehn durch die Dinger holen. Das ist ein bisschen Dusch, oder? Das ist mir schon alles vertwirstig. Wie war es? Was heißt das? äh müsste man hier mit ins Lager bringen quasi im Modo Porty Brady Mist, die ohne Leser was was ich sag? Scheiße Nein, ich dachte nicht dem Inventor dann. Oh, eins, besser zwei. Shit, was war das jetzt? Ach, Mann. Okay, ich werde wieder Feuer. Huh. Sehr kurios. Ach, Leute. So wenig Platz in dem Mystic. Okay. Dann fügt man eben wieder. Das merke ich wieder nicht. Gut. So mit O. Was hat hier zwei nicht vor? Ach, wieder aus Flugdeck. Dödel. Gut, würde ich sagen. Da laufe ich so hin. Wir treffen uns da rum. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi.